Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Alarmexperte, heute für Was ist bei einer Alarmanlage zu beachten? Herzlich willkommen bei Alarmexperte, heute wieder eine Expertenrunde mit Marco und natürlich auch wieder mit Christoph. Jawohl. Marco, was ist bei einer Alarmanlage zu beachten? Also als Experte würde ich natürlich immer die Empfehlung geben, sie von einem Fachmann einbauen zu lassen und sich vor dem Einbau natürlich auch von einem Fachmann beraten zu lassen. Hat den großen Vorteil, wenn ich mich mit so einem Thema nicht auskenne, dass er mir natürlich auch Hinweise geben kann, auf was speziell zu achten ist. Er kann mir im besten Fall sogar Marken oder Produkte schon empfehlen und dass ich natürlich auch darauf achte, dass die Alarmanlage auf eine Leitstelle aufgeschalten ist, dass eben Intervention ausgelöst wird, wenn ich nicht zu Hause bin. Oder so wie wir es hier drüben haben, mit dem Panikknopf im Kleingewerbe beispielsweise oder generell im Gewerbe, dass wenn jemand kommt und mich ausräumen möchte, dass ich dann auch Intervention holen kann, um zu sagen, hier ist gerade eine Gefahr im Verzug. Okay, das bedeutet, wir brauchen immer am besten eine Beratung durch einen Experten vor Ort, der die Schwachstellen auch aufzeigt des jeweiligen Objektes und man sollte darauf achten, dass die Alarmanlage immer auf eine Leitstelle aufgeschaltet ist, sodass von außen Hilfe kommt. Kann man so sagen? Genau. Cool. Danke. Klicken Sie jetzt auf alarmexperte.de und Sie erhalten weitere Informationen und eine kostenfreie Beratung.